Die Runde beginnt! Die Weihnachtsmärchen singt der Chor, die Wunschliste ist längst geschrieben, ob Nüsse, Mandeln sind gerieben. Der Stollenduft zieht durch das Land, zum Einkauf wird jetzt losgeräumt. Selbst am Sonntag, kaum zu fassen, will man das Shoppen gar nicht lassen. Es gibt so vieles zu bedenken, man will doch jeden Reich beschenken. Doch mancher denkt so vor sich hin, was hat das Dreieck für den Sinn? Ich wünsche schon seit vielen Tagen ein Ende dieser Festtagsflagen. Gestresst vom Trubel dieser Tage, zu mancher stellt sich eine Frage. War nicht Besegnigkeit mein Wunsch? Und nüttend an den nächsten Punkt, nimmt er sich vor fürs nächste Fest, dass er sich dann nicht stressen lässt. Jedoch ist schon an seinem Denken, was soll ich nächstes Jahr nur schenken? Und das ist schon ein paar Tage. Untertitelung des ZDF, 2020